Boah, Friederike, so viele leckere Kekse. Du weißt doch, dass ich Diät machen möchte. Wenn du Kinder bekommen möchtest, wäre das schon gut. Aber ich kann nicht widerstehen. Findest du nicht auch, dass du jetzt schon genug Pfunde auf den Rippen hast? Egal. Einmal ist keinmal. Das wird ja nicht schaden. Das fällt mir so schwer, auch mal auf was zu verzichten. Guck mal, jetzt hast du mir die tollen Kekse hingestellt. Das ist total lecker. Naja, ich habe super abgenommen, als ich angefangen habe zu rauchen. Friederike!